willkommen zu einem neuen video ich bin diesmal hier dabei ist lange her und der film ist auch da ja wie ihr seht ist das das erste video wieder auf godos seit keine ahnung seit zwei hunden wir haben ja schon gestreamt mit 16 likes oder so oder 120 aufwunden oder so hat richtig gebockt und fortan aber auch gemacht jetzt ist das problem gd hat getrennt private gründen sag ich jetzt mal und deswegen machen wir jetzt hier weiter du noch der kommt auch ich werde bald auf dem kanal mit judo und namen special guest dings machen rd r2 und ja ja aber wird schon irgendwas sagen alle muss nur kurz was nach so weiter geht und weiter geht die erste beurte so ein bisschen leveln hier eigentlich ist es nicht so fast nicht diese einzige beurte muss ich mir sogar erst auch nicht die ersten beurte sind auch so generell ich bin vielleicht wieder ja der wales die schlacht wo ist action findet bald ein großes projekt aus aber da will ich euch eigentlich so nicht so gut zu spoilern ab ein bisschen ja es handelt sich in den wilden Westen dann weiß man es bei A ist Action ja aber wir nehmen gerade B ein wir sind Verteidigung du Esel ach so oh ich habe zwei hochgejagt gön 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 oh alle war hier ja ich bin schon da alles gut weggeklatscht tatsächlich hört das Projekt auch Action ja wilder West das wird jetzt aber nicht da werde ich dabei sein ja vielleicht irgendwann mal mal gucken ja vielleicht vielleicht ich werde ja vielleicht ALTER das bin ich so geverschwitzt ne ich finde wegen Spiels auch keiner mehr ich bin direkt gestorben ich bin direkt gestorben ich bin direkt gestorben ne ich bin ja 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 wir haben den Sektor verloren wir haben den Saft ja super fest ja perfekt ja ich weiß ja 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 die Lage ist kritisch weil die Spiele game abgeschlossen die Welt ist absolut schlecht positionen markiert positionen markiert jetzt muss man wieder so im game rauskommen was das neue andere 2 leve macht verfestigt das Einsatzspiel tschuuui es geht rücken wir weiter vor ja ich bin schon dabei okay verteid mich das Zielgebiet super super jetzt ich bin hier einfach von euch ich muss lieber was machen ich bin hier voll die ganze Zeit schon ach scheiße verteid mich das Einsatzgebiet sehr lieb ich habe schon so eine die sich durch die 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 Ah, die kommen aber nicht weit. Na, das jetzt nicht. Okay, ich kann es nicht mehr. Aber A wird trotzdem ein bisschen. Ja, okay. Und die Leute, die versuchen hier reinzukommen, die tun mir echt leid, dass sie vorher von ihnen waren. Ich hoffe, ich bin halt echt wieder. Ah, bei mir. Ich bin willkommen auf Expo, ne? Neutralisiert werden. Ja, war richtig. Ich weiß, wie er ein bisschen schickt hat, ja. Willkommen auf Expo, ja. Ah, ich hörte von Finn. 24er Killserie habe ich gerade. 26er Killserie. Ich bin. Ab ihn. Finn hat Finn getogen. Ey, Philipp, noch einmal mein Zielfeld. Ich bin immer gerne in den Zielfeld. Wenn wir noch etwas länger durchhalten, gewinnen wir. Ja, das war's. 31er Killserie. Oh, da kommt die. Gott mir. Ja, von da kommt es jetzt auch von rechts. Ich hab fast ne 40er Killserie. Ja, 38er Killserie habe ich gerade. Also, es ist nur ein No Cap. Kannst du bei mir. Ich kann dir jetzt nicht links schicken. Ich hab 8000 Punkte. Ich hab wirklich ne 38er Killserie. 40er Killserie. Ich hab die Verlängerung. Mach ihn mir den ein. Ich hab die Dattel. Easy win. Oder auch nicht. Ja. Let's go. Wuhu. Disziplin und Entschlossenheit. Ja, ein guter Tag. Jetzt ist ne gute Runde, wirklich. Ne gute Runde, jetzt. Das war ne gute Runde, jetzt. Das war ne gute Runde, jetzt. Das war ne gute Runde, ja. Das war ne gute Runde, ja. Ah, find wieder zweiter, ne? Easy. So, dann warf ich. Ja, wir wollen mit diesem Video nur noch mal sagen, wie das jetzt aussieht. Alla. Mit dem Kanal, wie das jetzt läuft. Ähm. Ja, bald. Ich kann jetzt keinen Release da, um zu sagen, wann wir das machen. Auf dem Kanal wird auch noch Diablo kommen, aber das passiert erst bald, in 10 Tagen oder so, werden wir das zocken. Ähm. Ich geb euch nen Tipp, also Wälder Westen natürlich, und es geht um ein, also es gibt ne Story und nen Online- Oha. Modus. Also. Ja, es ist ja wirklich so, also mit dem Spielen. Ja, ich würd sagen, wir verabschieden uns. Ja. Gut. Ich wünsch euch noch nen schönen Tag. Ja, schönen Tag, Alla, und, äh, ich kann reiden. Ja. Alla. ich wünsch euch noch nicht, ich wünsch euch noch nicht, Vielen Dank.